Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von FIT4KI. Wenn es bislang darum ging, möglichst einfach einzigartige Bilder herzustellen, dann war Midjourney der unangefochtene Platz 1 auf diesem Gebiet. Doch seit Stable Diffusion seine neueste Version herausgebracht hat, hat Midjourney einen ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen. In diesem Video möchte ich näher auf die neueste Version von Stable Diffusion eingehen und euch zeigen, was mittlerweile mit diesem Programm möglich ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Wenn ihr Stable Diffusion einmal ausprobieren wollt, dann würde ich euch dafür die Webseite ClipDrop empfehlen. Denn wenn ihr direkt über die Seite von Stable Diffusion geht, könnte es passieren, dass euch diese Message angezeigt wird, dass der Server gerade überlastet ist. Über ClipDrop funktioniert das aber im Moment reibungsfrei. Ich werde euch die Seite auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Ihr geht hier über Tools und seht hier alle Tools von Stability AI und könnt euch auch hier gerne mal durchprobieren. Ich habe das mal hier mit dem Background Remover gemacht und zeige euch das mal kurz am Rande. Ihr ladet euch ein Bild hoch und zack ist der Background removed. Und ich finde, das funktioniert hier super gut. Aber zurück zum Thema. Wir gehen hier also auf Stable Diffusion XL und können nun hier unseren ersten Prompt eingeben. Ich habe jetzt hier mal gewählt Ship in a Storm und ihr könntet hier über die Einstellungen euch noch verschiedene Stile aussuchen. Ich nehme mal Cinematic und die Aspect Ratio 16 zu 9 und ihr könntet hier beispielsweise auch Negativ Prompts eingeben für Dinge, die ihr nicht im Bild sehen wollt. Ich gehe jetzt aber hier mal auf Generate und wir schauen, was das Programm daraus macht. Das kann jetzt hier ein Weilchen dauern, da es sich ja auch um ein Open Source Programm handelt und somit sehr, sehr viele Benutzer darauf gleichzeitig zugreifen. Hier seht ihr die fertig generierten Bilder und ich muss sagen, dass es im Vergleich zu den vorherigen Stable Diffusion Versionen schon ein wirklicher Quantensprung ist. Also das wurde wirklich hervorragend umgesetzt und hier habt ihr auch weitere Varianten. Ob es sich jetzt hierbei um einen Sturm handelt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Großen und Ganzen ist das wie gesagt zu den kostenfreien Versionen und zu früheren Versionen von Stable Diffusion schon wirklich nicht schlecht. Ihr habt hier selbstverständlich ein Watermark im Bild. Wenn ihr das nicht haben wollt, müsstet ihr dann zu einer kostenpflichtigen Version wechseln. Ihr könntet hier das Bild jetzt downloaden oder ihr könntet es hier weiter bearbeiten, könntet auch hier den Background entfernen und noch einige andere Einstellungen vornehmen. Kommen wir jetzt mal zu den Kosten. Ihr seht, dass ihr hier mit der kostenfreien Version bis zu 400 Bildern pro Tag erstellen könnt. Also das ist wirklich eine Menge. Allerdings sind diese natürlich mit Wasserzeichen gekennzeichnet. Daneben könntet ihr auch noch viele andere Features kostenfrei nutzen. Also das ist schon wirklich, wirklich ein Plus. Wenn ihr sagt, ihr möchtet keine Wasserzeichen im Bild haben oder eben auch mehr Bilder generieren, dann müsstet ihr zur kostenpflichtigen Version wechseln, die im jährlichen Abo mit 7 Euro pro Monat veranschlagt ist und wenn ihr monatlich zahlen möchtet mit 9 Euro pro Monat. Was ist also mein Fazit zu Stable Diffusion XL? Ist es eine wirkliche ernstzunehmende Konkurrenz für Midjourney? Nun ja, ich würde sagen, im Augenblick noch nicht. Es fehlen einige Features wie beispielsweise, dass ihr euch die Bilder neu generieren lassen könnt, also neue Versionen von diesen Bildern erstellen lassen könnt und so weiter und so fort. Auch das Uncrop-Feature ist hier lange nicht so gut wie in Midjourney. Also für eine kostenlose Version finde ich es schon wirklich empfehlenswert zu nutzen. Wenn ihr ein bisschen professioneller arbeitet oder auch für Kunden arbeitet, dann ist für mich Midjourney immer noch die unangefochtene Nummer 1 der Texte Bildgeneratoren. Aber Stable Diffusion holt auf und wir können gespannt sein, was es in der nächsten Zeit noch zu bieten hat. Ich gehe davon aus, dass auch noch einige sehr, sehr gute Features dazukommen und dass immer weiter an der perfekteren Ausgabe der Bilder gearbeitet wird, selbstverständlich. Für diesen Moment kann ich euch Stable Diffusion aber definitiv als kostenfreie Alternative zu Midjourney empfehlen. Und? Konnt ihr euch Stable Diffusion überzeugen? Mit welchem Programm erstellt ihr denn eigentlich am liebsten eure Bilder? Schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren. Und um auch in Zukunft keine Tipps und Tricks und nützliche Videos zu verpassen, abonniert am besten gleich meinen Kanal und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Fit4KI und ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Alexa.